Hallo liebe Sternenfreundinnen und Sternenfreunde, herzlich willkommen zu diesem Video mit den Tendenzen für 2019 für alle zwölf Sternzeichen. Wann welches Zeichen drankommt, das schreibe ich euch wieder unten in die Videobeschreibung. In diesem Video erfahrt ihr eure wichtigsten Tendenzen für die Liebe und die Beziehungen, für den Beruf und die Finanzen und für die Gesundheit. Diese Texte sind Auszüge aus meinem Jahrbuch und darin findet ihr dann zu jedem Thema noch wesentlich mehr Einzelheiten, weitere planetare Einflüsse und konkrete Tipps, wie ihr mit Herausforderungen umgehen könnt. Ich habe viel Liebe und Zeit in das Buch hineingesteckt und ich würde mich echt freuen, wenn ihr es erwerben und als Begleiter für 2019 nutzen würdet. Ihr könnt auch in der Verlosung ein Jahrbuch gewinnen. Um teilzunehmen, postet mir hier auf YouTube einen netten Kommentar und teilt dieses Video in euren Social Media. Wer gewonnen hat, das gebe ich in meinen Videos für den Januar bekannt. Natürlich könnt ihr auch eine persönliche Jahresvorschau als Beratung bei mir buchen. Dann können wir im Gespräch auf eure Vorhaben eingehen und eure ganz individuellen Möglichkeiten und Chancen anschauen. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und auch unten in der Videobeschreibung. Bevor wir anfangen, noch ein Tipp für euch. Die Texte aus diesem Video könnt ihr bei kosmogramm.de als Blog-Eintrag für die einzelnen Sternzeichen nachlesen. Folgt dazu einfach dem Link unten in der Videobeschreibung, der euch auch zu meinem schriftlichen Geburtshoroskop bei kosmogramm führt. Und zu Weihnachten habe ich auch noch einen Geschenkrabatt auf meine Sternzeichen-Kolliers für euch. Mehr dazu erfahrt ihr am Ende des Videos. Jetzt wollen wir aber loslegen und wir beginnen mit den Wiedergeborenen und Wiederaszendenten. Für euch Wiedergeborene wird es ein ereignisreiches Jahr mit großen beruflichen Chancen und persönlichen Veränderungen. Wenn ihr Familienmenschen seid, dürft ihr euch auf positive Impulse und vielleicht sogar Familienzuwachs freuen. Glücksplanet Jupiter wird fast das ganze Jahr einen vorteilhaften Aspekt zur Widersonne bilden. Das verspricht ein Jahr, in dem Reisen, neue Abenteuer und Fortbildungen unter günstigen Einflüssen stehen. Liebe und Beziehungen. Ihr erfreut euch großer Beliebtheit und bekommt dieses Jahr bestimmt viele Einladungen, vor allem von den Freunden und Bekannten, die weiter weg wohnen oder vielleicht sogar ins Ausland gezogen sind. Nutzt dieses Jahr auch, um eurerseits Freunde und Bekannte zu besuchen, die weiter entfernt leben. Ihr werdet euren Spaß haben und ihr könnt die Verbindung vertiefen und festigen. Man kann sagen, dass alle Beziehungen, die einen Anteil von Ferne und Perspektive und Abenteuer beinhalten, sich besonders glücklich gestalten. Auch Freundschaften und Unternehmungen mit der Clique und Leuten, mit denen ihr die gleichen Interessen teilt, gestalten sich angenehm, leicht und inspirierend. Etwas schwieriger sieht es leider aus in Beziehungen mit denjenigen, mit denen ihr gemeinsame Verantwortungen teilt und unter einem Dach zusammenlebt. Da zeichnet sich eine Tendenz zur Überforderung ab, sei es, dass ihr selbst euren Lieben zu viel abverlangt oder dass ihr euch von den gemeinsamen Pflichten überfordert fühlt. Es kann in diesem Jahr nötig und wichtig werden, Grenzen zu ziehen und zu definieren, was geht und was nicht. Versucht dabei, euch in euer Gegenüber hineinzuversetzen. Seid weniger kritisch als vielmehr nachsichtig gegenüber anderen. Dann bekommt ihr die Liebe und Zuneigung, die ihr euch wünscht. Karriere und Finanzen. Ihr denkt darüber nach, ob ihr auch das Richtige tut und ob ihr vielleicht eine wichtige Gelegenheit ergreifen solltet, um noch mehr aus eurem Leben zu machen. Einige von euch überlegen, einen Wechsel zu vollziehen, der mit Vorteilen verbunden ist. Jedoch gibt es wohl auf der anderen Seite auch was, was ihr dafür opfern müsst. Zum Beispiel könnte die neue Tätigkeit zeitintensiver sein, euch stärker fordern und euch weniger Freiraum für Persönliches lassen. Das große Plus 2019 ist der günstige Aspekt zu Jupiter und deshalb dürfte letztlich auf der Haben-Seite für euch einiges übrig bleiben. Denn dieser Transit zeigt sowohl neue berufliche Chancen an, als auch die Auszahlung von Boni oder sonstigen Extras. Sei es, weil eure Firma insgesamt erfolgreich ist oder, falls ihr selbstständig seid, eure Umsätze und Verkäufe steigen. Auch eine Gehaltserhöhung ist für euch 2019 drin. Gesundheit und Vitalität. Saturn-Spannungen sind immer ein Hinweis darauf, dass man eine sorgfältige Gesundheitsroutine betreiben und seine Kräfte gut einteilen muss. Um regelmäßigen Sport, Meditation und Entspannung werdet ihr wohl nicht herumkommen, wenn ihr gesund und munter durch dieses anspruchsvolle Jahr kommen wollt. Einen Ausgleich schafft der positive Aspekt von Jupiter, der in schwierigen Momenten oft mildernd wirkt und dafür sorgt, dass ihr am Ende die Kurve kriegt oder, wenn es darauf ankommt, einen guten Arzt oder Heilpraktiker findet, der euch weiterhilft. Außerdem macht euch dieser Aspekt optimistisch und lässt euch die Perspektive und das Gute in eurer Situation sehen, was sich natürlich auch positiv auf gesundheitliche Entwicklungen auswirkt. Mehr Einzelheiten, zum Beispiel über den Einfluss von Machtplanet Pluto, mehr über die Deutung von Chiron und Lilith und alle Highlights und kritischen Phasen des gesamten Jahres, findet ihr dann in meinem Jahrbuch und da stehen auch die Geburtstagskinder drin, die besonders wichtige Aspekte empfangen. Jetzt wollen wir für die Stiergeborenen und Stier-Ascendenten ins neue Jahr schauen. Für euch kann es 2019 ein weiteres produktives Jahr werden, in dem ihr viel erreichen und einflussreiche Menschen in euer Leben ziehen könnt, die euch fördern und unterstützen. Wenn ihr anfangs Stiere seid, kann euer Leben von Uranus kräftig aufgemischt werden. Ihr verspürt selbst ein Verlangen, Neues zu erleben und euch zu wandeln. Womöglich kennt ihr euch so selbst noch gar nicht. Ob ihr nun euren Look ändern wollt, die Ernährung umstellen, euer Heim umräumen oder etwas tun, was ihr noch nie zuvor getan habt, die Veränderung ist unaufhaltsam. Liebe und Beziehungen. Eure Beziehungen und Partnerschaften sind weiterhin ein großes und wichtiges Thema in eurem Leben. Das gilt übrigens auch für geschäftliche Beziehungen, denn eure großen Visionen und Ziele beziehen auch andere mit ein. Sei es, dass ihr Mitarbeiter oder finanzielle Partner braucht, um diese Ziele umzusetzen oder sei es, dass ihr gemeinsam mit eurer Firma großes Vorhaben habt. Man beeinflusst sich gegenseitig und deshalb ist es sehr wichtig, dass ihr auch bei geschäftlichen Vorhaben darauf achtet, mit wem ihr es zu tun habt. Natürlich sind auch eure romantischen und intimen Beziehungen äußerst wichtig im neuen Jahr. Als Stiere seid ihr ganz generell amoröse Wesen und liebt die Liebe, Sinnlichkeit, Genuss und Erotik. Ihr liebt es, wenn man euch umwirbt und verführt und sich romantische Dinge für euch einfallen lässt. Und es gibt attraktive Menschen in eurem Leben, die genau dazu Lust haben. In eurem Partner könnt ihr diese Gelüste aktivieren, indem ihr schöne, spannende gemeinsame Reisen plant. Wenn ihr Single seid, könnt ihr euer Glück auf Reisen oder Fortbildungen und Seminaren finden. Auch feurige und temperamentvolle Menschen aus einem fremden Kulturkreis könnten euch den Kopf verdrehen. Ebenfalls ein guter Ort, um neue Leute kennenzulernen, Konzerte und Festivals und der Besuch von interessanten Kulturveranstaltungen. Karriere und Finanzen. Für euch sollte es ein sehr gutes Geschäfts- und Finanzjahr werden. Ihr habt nicht nur ein gutes Händchen fürs Geld, ihr findet auch die richtigen Allianzen, um euren Erfolg abzusichern und zu vermehren. Möglich auch, dass ihr dieses Jahr etwas erbt oder dass ihr eine Auszahlung bekommt, zum Beispiel durch eine Versicherung oder eine Steuerrückzahlung. Falls noch nicht geschehen, wird es 2019 Zeit, großartige Entwicklungen in eure Arbeit zu visualisieren und anzuschieben. Ein Schlüssel, um euren Erfolg zu meistern, ist die gute Planung. Wenn ihr euch über eure Ziele im Klaren seid, dann wisst ihr auch, was ihr unternehmen müsst, um diese zu erreichen. Eine Herausforderung kann es allerdings für euch sein, euch auf Veränderungen einzulassen, vor allem, wenn das bedeutet, auch mal ein Risiko einzugehen. Gesundheit und Vitalität. Die meisten Stiergeborenen sind 2019 ziemlich unverwüstlich. Alle langsam laufenden Planeten, die gesundheitliche Störungen anzeigen können, befinden sich in Harmonie zur Stiersonne. Wenn nicht andere Planeten und Faktoren in eurem Horoskop problematische Aspekte empfangen, dürftet ihr euch rundum wohlfühlen. Nur die Geburtstagskinder, die unter dem direkten Einfluss von Uranus stehen, können mit nervlichen Anspannungen zu tun haben. Uranusstörungen heilt man am besten durch alles, was mit Rhythmus zu tun hat. Sei es Tanzen und Trommeln oder auch Musizieren oder Singen. Letzteres tut euch sowieso gut, weil der Hals mit dem Stier assoziiert wird. Denn auch Töne bestehen aus Schwingung und können einen enorm beruhigenden Einfluss ausüben. Die vertiefte Deutung über die Wirkung von Uranus, der ja in eurem Zeichen für euch so wichtig ist und welches eure besten Zeiten und eure kritischen Phasen des Jahres sind, das findet ihr dann in meinem Jahrbuch. Und da könnt ihr auch die Geburtstagskinder nachschlagen, die besonders wichtige Aspekte empfangen. Und weiter geht es mit den Zwillingegeborenen und Zwillinge-Ascendenten. Freut euch auf ein reichhaltiges Jahr mit vielen Anregungen und neuen Möglichkeiten und Angeboten, sowohl beruflich als auch privat. Ihr seid beliebt und es fällt euch leicht, neue Kontakte zu knüpfen. Man hat euch gerne um sich und ihr bekommt viele Einladungen. Man macht euch Anträge und Angebote, sowohl geschäftlich als auch privat. Damit ihr das Beste daraus machen könnt, sind klare Absprachen wichtig. Andere legen Wert auf eure Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit. Liebe und Beziehungen. Glücksplanet Jupiter befindet sich im Schützen und wandert durch euer siebtes Sonnenhaus der Partnerschaft. Wenn ihr verliebt seid und einen netten Partner habt, dürft ihr mit einem Heiratsantrag rechnen. Oder vielleicht plant ihr bereits eure Hochzeitsparty. Singles dürften keinerlei Probleme haben, interessante Kandidaten kennenzulernen. Mehr als nur eine attraktive Person wird euren Weg kreuzen und ihr seht stets die besten Potenziale in diesen Menschen, wodurch sie euch wiederum besonders attraktiv und liebenswert finden. Jedoch wird das Glück etwas getrübt, weil 2019 Jupiter und Neptun streckenweise gleichzeitig eine Spannung zur Zwillinge Sonne bilden. Und diese Konstellation lässt die Fantasie und Euphorie ins Kraut schießen. Alles scheint so wunderbar zu sein. Alle scheinen sich um euch zu reißen. Eure Aufgabe ist es, genau hinzuschauen und nicht in eurer Begeisterung gleich Pläne zu machen, bevor ihr eine ausgereifte Entscheidung getroffen habt. Wenn ihr euch auf Menschen einlasst, ohne euch die Sache vorher genau angesehen zu haben, kann nach einem Höhenflug ein schmerzlicher Fall folgen. Wenn sich aber beide Parteien als vertrauenswürdig erweisen, dann kann es eine sehr schöne Romanze oder Freundschaft werden. Karriere und Finanzen. Beruflich bekommt ihr 2019 spannende Chancen und Angebote. Viele davon sind interessant und können sich als sehr lukrativ erweisen. Doch nicht alle Projekte sind so genial, wie behauptet wird. Auf jeden Fall solltet ihr neue Möglichkeiten sehr sorgfältig in allen Details anschauen, ob sie am Ende auch halten, was sie versprechen. Aber auch ihr selbst könntet in die Situation kommen, mehr Zusagen zu machen, als ihr einhalten könnt. Versucht bei neuen Vorhaben abzuschätzen, wie viel Zeit und Energie ihr tatsächlich da reinstecken könnt und wollt. Sonst lauft ihr Gefahr, eure Geschäftspartner oder Kunden zu enttäuschen. Finanziell kann es ein sehr gutes Jahr werden, wenn ihr die richtigen Gelegenheiten ergreift und das in euch gesetzte Vertrauen erfüllt. Dann stimmt die Vergütung. Vorsicht bei Spekulationen. Die Übertreibungsaspekte von Jupiter und Neptun können euch dazu verführen, in Objekte mit wenig Substanz zu investieren. Gesundheit und Vitalität. Eure Atemwege sind 2019 besonders empfindlich. Schnell habt ihr euch erkältet und ein einfacher Husten kann sich zur Bronchitis ausweiten. Stärkt euer Immunsystem mit Sport und Vitaminen und schlaft genug, denn unter Neptun-Einfluss braucht man meistens mehr Ruhe als sonst. Was bei Neptun-Störungen wirklich hilft, sind die altbekannten Techniken der Meditation, Yoga und sich gedanklich mit schönen und musischen Dingen zu beschäftigen. Die richtige Musik kann jetzt regelrecht heilsam für euch wirken. Jupiter in Spannung zu eurer Sonne kann euch übermütig machen. Dann übernehmt ihr euch und übertreibt es mit dem Feiern und dem Futtern. Achtet auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Weitere wichtige Einzelheiten über die Wirkung von Jupiter und Neptun findet ihr in meinem Jahrbuch. Außerdem mehr zu Chiron und Lilith und wann ihr eure Besten und wann ihr kritische Phasen habt. Und ihr könnt nachschlagen, welche Geburtstagskinder besonders wichtige Aspekte empfangen. Und jetzt schauen wir für die Krebsgeborenen und Krebsaszendenten in die Sterne für 2019. Und da seid ihr sehr gefragt und steht häufig im Mittelpunkt. Die wohl wichtigste Nachricht für euch ist, dass der Mondknoten 2019 und noch bis Mai 2020 durch den Krebs läuft. Diese kosmische Energie ist wie ein warmer Regen, der euch aufblühen lässt. Ihr könnt euch entfalten und was euch wichtig ist, nämlich Familienzusammenhalt, Menschlichkeit, Empathie, die Liebe zu euren Kindern, Tierschutz, Umweltschutz und der Respekt vor dem Leben, das wird auch von der Gesellschaft wichtig genommen. Liebe und Beziehungen. Eure positive und warmherzige, sensible Art kommt an. Wenn ihr auf der Suche nach einer schönen Partnerschaft seid, sind eure Chancen, einen Seelenpartner zu treffen, noch bis Mai 2020 besonders groß. Ihr könnt euch auf Familienzuwachs freuen, sei es durch ein eigenes Kind oder durch die Ankunft einer Nichte oder eines Neffen, Schwiegertochter oder Schwiegersohn oder auch eines Enkelchens. Eine Quelle angenehmer Beziehungen ist auch eure Arbeitsumgebung. Schnell findet ihr Anschluss unter euren Kollegen und baut einen persönlichen Kontakt auf. Leider stehen für einige von euch auch Beziehungssorgen an, denn Saturn und Pluto stehen in eurem Partnerhaus. Ihr fragt euch dann vielleicht, ob eure Beziehung es wert ist, unangenehme Gefühle zu ertragen und eine Menge Zeit und Energie hinein zu investieren. Aber vielleicht ist das Positive ja längst da und ihr könnt es nicht wertschätzen. Wenn euer Schatz euch nicht glücklich machen kann, egal wie sehr er sich anstrengt, kann das zu großer Frustration führen. Setzt euch als Partner zusammen und sprecht darüber, was ihr voneinander erwartet und euch wünscht. Dank Neptun wisst ihr Krebse wahrscheinlich ganz intuitiv, wann es Zeit ist, Grenzen zu setzen und wann es Zeit ist, die Dinge fließen zu lassen und euch hinzugeben. Karriere und Finanzen. Der Mondknoten im Krebs zeigt große Anerkennung und Aufmerksamkeit für euch an. Ihr seid wahre Trendsetter und seht Möglichkeiten für die Zukunft, die andere noch gar nicht wahrnehmen. Saturn zeigt jedoch, dass manche euch kritisch beäugen. Man betrachtet eure Leistungen als selbstverständlich und lädt euch zum Dank dafür auch noch mehr auf die Schultern. Das ist natürlich frustrierend und manchmal seid ihr nicht mehr sicher, ob ihr wirklich das Richtige tut. Gebt noch nicht auf. Saturn prüft, ob ihr auch unter Belastung an euren beruflichen Weg glaubt. Wenn das der Fall ist, dann bleibt dran. Ihr werdet Erfolg haben, wenn ihr hartnäckig bleibt und euch immer nur auf den nächsten Schritt konzentriert. Finanziell kann es ein erfolgreiches und produktives Jahr werden. Gegebenenfalls müsst ihr auf eure Erfolge hinweisen und euch dafür einsetzen, dass die Vergütung auch stimmt. Gesundheit und Vitalität. 2019 wird ein anspruchsvolles Jahr für euch und es ist wichtig, dass ihr gut für euch und eure Bedürfnisse sorgt. Wie allen Saturn-Gebeutelten kann es auch euch passieren, dass berufliche Belastungen zu Rücken- und Gelenkschmerzen führen. Grundsätzlich habt ihr als Krebse auch einen empfindlichen Magen. Bei eurer Ernährung solltet ihr darauf achten, dass euer Säure-Basen-Haushalt ausgeglichen ist. Da gibt es auch Präparate mit basischen Salzen, die helfen, wenn der Magen aus dem Gleichgewicht gerät. Natürlich tut euch ein sportlicher Ausgleich immer gut, aber nur dann, wenn ihr das nicht als Stress empfindet und euch dadurch nicht unter Leistungsdruck setzt. Sucht euch Mitstreiter für den Sport. Gemeinsam strampeln und schwitzen macht einfach viel mehr Spaß und erfüllt auch euer Bedürfnis nach Gesellschaft und Austausch. Im Jahrbuch findet ihr dann die erweiterte und vertiefte Deutung eurer Konstellationen und auch, wie die Sonnenfinsternis vom Juli für die Betroffenen wirkt. Und ihr erfahrt auch noch alles Wichtige zu Chiron und Lilith und natürlich eure Highlights und die kritischen Phasen des Jahres. Außerdem könnt ihr nachschlagen, welche Geburtstagskinder waren, welche Aspekte empfangen. Und jetzt schauen wir für die Löwegeborenen und Löweaszendenten, was das neue Jahr bringt. Freut euch auf kosmischen Rückenwind durch Glücksplanet Jupiter. Er verspricht Möglichkeiten bei der Arbeit, Wachstum und Gewinne zu erzielen und eure Beliebtheit steigt. Ihr werdet reichlich Gelegenheit haben, zu feiern und das Leben zu genießen. Neben dem positiven Jupiter-Aspekt ist der Einfluss von Uranus für euch sehr wichtig. Er wird für die kommenden sieben Jahre in einen Spannungsaspekt zur Löwesonne gehen. Vielleicht würdet ihr irgendwann gerne mal zur Ruhe kommen, müsst aber feststellen, dass es auch in Zukunft weiterhin Herausforderungen zu meistern gibt. Versucht darin die Chance zu sehen und nicht die Krise. Liebe und Beziehungen. 2019 ist ein gutes Jahr für eure Beziehungen. Bestimmt könnt ihr eure Beliebtheit und viele romantische Stunden genießen. Auch schöne Erfahrungen mit euren Kindern oder gegebenenfalls Enkelkindern sind angezeigt. Singles haben wahrscheinlich mehr als nur einen Kandidaten, der oder die an einer Romanze interessiert ist. Manchmal habt ihr sogar die Qual der Wahl. Etwas schwieriger wird das Jahr, wenn ihr die Spannung von Erneuerungsplanet Uranus auf die Sonne empfangt. Die Singles unter euch dürfen sich auf anregende Begegnungen und große Flirtchancen freuen, wobei nicht sicher ist, wie sich die Sache auf lange Sicht entwickelt. Löwen in fester Beziehung könnten eine wachsende Unruhe bei sich bemerken, eine Sorge, wie es in Zukunft weitergehen soll und ob sie mit ihrem Partner oder Partnerin wirklich auf Dauer zusammenbleiben wollen. Ihr wollt wachsen und euch entwickeln und ihr spürt, dass Veränderungen in eurem Lebensstil auf euch zukommen und es ist nicht sicher, ob und wie ihr das gemeinsam mit dem festen Partner bewältigen könnt. Das ist Teil eures großen Entwicklungsprozesses der nächsten Jahre. Am besten kommt ihr damit klar, wenn ihr viele soziale Aktivitäten pflegt, was 2019 unter besonders guten Sternen steht und euch glücklich macht. Karriere und Finanzen. Viele von euch dürfen sich dieses Jahr auf finanziellen Zuwachs, Zuschläge oder eine Gehaltserhöhung freuen. Ihr bekommt Aufgaben, durch die ihr euch profilieren könnt. Wenn ihr im Verkauf und im Marketing tätig seid, wird es ein sehr erfolgreiches Jahr. Auch wenn ihr beruflich viel reist, läuft es gut. Und Löwen, die im Bildungsbereich arbeiten oder Seminare geben, werden damit erfolgreich sein. Einige von euch machen sich jedoch auch ernsthaft Gedanken darüber, ob sie wirklich das tun, was sie tun wollen. Veränderungen und Weiterentwicklungen in eurem Arbeitsverhältnis, in eurer Karriere oder eurer Rolle in der momentanen Firma sind sehr wohl möglich und das noch während der nächsten sechs Jahre. Aber passt auf, dass ihr nicht zu viel Energie und Ressourcen in etwas investiert, das letztlich doch nicht so gut funktioniert, wie ursprünglich gedacht. Gesundheit und Vitalität. Dank des günstigen Einflusses von Jupiter dürft ihr euch auf ein vitales Jahr freuen. Sportliche Löwen werden Spaß an ihrem Training haben und persönliche Erfolge feiern können. Generell gilt jedoch, dass ihr ruhig etwas mehr auf die Signale eures Körpers achten solltet. Durch die Spannung zu Uranus gehen euch Aufregungen schneller an die Nerven oder aufs Herz, vor allem wenn ihr sowieso schon einen hohen Blutdruck habt. Stress und Belastungen am Arbeitsplatz können euch auch gesundheitlich angreifen. Wenn ihr euch viel der Sonne aussetzt, was für Löwen ganz natürlich ist, dann lasst regelmäßig eure Hautflecken und Muttermale checken. Am besten wartet ihr erst gar nicht, bis Probleme auftreten, sondern ihr beugt vor, nämlich durch eine gute Gesundheitsroutine. Weitere Einzelheiten zum Einfluss von Uranus, der für euch so wichtig wird und auch zur Deutung von Chiron und Lilith, könnt ihr in meinem Jahrbuch nachschlagen. Da findet ihr außerdem die Highlights und die kritischen Phasen des gesamten Jahres und welche Geburtstagskinder wichtige Aspekte empfangen. Und jetzt sind wir bei den Jungfraugeborenen und Jungfrau-Ascendenten. Für euch sind die kosmischen Nachrichten fürs neue Jahr ziemlich gut. Dreimächtige Player, Saturn, Pluto und Uranus, bilden vorteilhafte Aspekte zur Jungfrausonne. Das macht euch stark, inspiriert euch und hilft euch dabei, eure Pläne umzusetzen und eure Herzensprojekte zu verwirklichen. Jedoch zeigen Neptun und Jupiter, dass ihr öfter unter dem Einfluss romantischer Gefühle handelt oder euch leicht begeistern lasst. So gibt es für euch viele günstige Gelegenheiten, aber auch Herausforderungen und Situationen, die nicht so leicht zu navigieren sind. Liebe und Beziehungen. In eurem Liebesleben und in euren Beziehungen ist eine Menge los. Ihr befindet euch in einer Phase eures Lebens, in der ihr viel persönliches Charisma habt und Einfluss auf Menschen ausüben könnt. Ihr wirkt attraktiv und interessant und andere Menschen fühlen sich zu euch hingezogen. Singles haben exzellente Flirtchancen, doch können euch immer wieder Wellen der Begeisterung und Romantik davontragen, sodass ihr eure klare Sicht auf die Dinge verliert. Bei Festliierten könnte der Partner von jemand anderem träumen. Wenn ihr so etwas bemerkt, schaut genau hin und verdrängt nicht die Anzeichen dafür, dass die Realität vielleicht weniger schön aussieht als die Liebesträume. Insgesamt unterstützen die kosmischen Kräfte euch jedoch dabei, mit einer gewissen Reife zu handeln, bestimmte Versuchungen zu vermeiden und nicht dumme Dinge zu tun, die euch oder andere in kompromittierende Situationen bringen. Es ist alles eine Frage der Entscheidung. Auch wenn ihr Versuchungen ausgesetzt seid, so habt ihr doch auch die innere Stärke, im richtigen Moment Nein zu sagen und ausgereifte Entscheidungen zu treffen, welche die Basis für Erfolg und Glück in euren Beziehungen darstellen. Karriere und Finanzen. Eure berufliche Erfolgsphase hält an. Mit harter Arbeit und guter Leistung habt ihr euch den Respekt von Kollegen und Chefs verdient und erreicht nun den Punkt, an dem ihr Anerkennung und Auszeichnungen erhaltet. Vielleicht habt ihr auch schon vor einigen Jahren eine Vision entwickelt und Pläne gemacht, die nun Früchte tragen. Lehnt euch ruhig zurück und reflektiert darüber, was in eurem Leben schon erreicht wurde. Wenn ihr weiterhin fleißig daran arbeitet, eure Pläne umzusetzen, könnt ihr 2019 mit größeren Erfolgen rechnen. Falls ihr selbstständig seid, ist es eine gute Zeit, um euch technisch auf den neuesten Stand zu bringen oder beispielsweise eine eigene Homepage zu erstellen, falls noch nicht geschehen. Wenn ihr selbst im IT-Bereich tätig seid, habt ihr möglicherweise Ideen, eine eigene Software oder App zu kreieren. Finanziell kann es ein sehr erfolgreiches Jahr für euch werden, denn eure kontinuierlich guten Leistungen zahlen sich aus. Auch eure sparsame Lebensführung trägt dazu bei. Gesundheit und Vitalität. Grundsätzlich seid ihr gesundheitlich recht robust und steckt Anstrengungen gut weg. Saturn und Pluto stehen günstig zur Jungfrau Sonne, was für eine große Zähigkeit spricht. Mehr noch, wenn euer Einsatz von Erfolg gekrönt ist, ladet ihr bei der Arbeit sogar eure Batterien wieder auf. Es ist alles eine Frage der Freude am eigenen Tun. Die Spannung zu Neptun kann allerdings dazu führen, dass ihr mehr Schlaf braucht oder unklare, oft seelisch bedingte Symptome entwickelt und die Diagnose ist schwierig. Im Zweifelsfalle holt euch lieber eine zweite Meinung ein. Der Pluto-Einfluss sorgt jedoch dafür, dass ihr sehr gute Regenerationskräfte habt. Selbst wenn ihr euch überanstrengt oder nach einer Infektion, kommt ihr bald wieder zu Kräften. In meinem Jahrbuch erfahrt ihr noch viel mehr über die psychologische Wirkung von Jupiter und Neptun für eure Beziehungen und auch über Lilith, die ja im Mai in euer Partnerhaus geht, und weitere Einzelheiten. Außerdem könnt ihr da eure Highlights und kritischen Phasen des Jahres und die Aspekte für die Geburtstagskinder nachschlagen. Und jetzt schauen wir für die vage Geborenen und vage Aszendenten in die Tendenzen für 2019. Für euch wird es ein wichtiges Jahr, denn Saturn und Pluto fordern euch auf, Entscheidungen zu treffen. Das ist gerade für vage Geborene eine Herausforderung, denn sie wägen lange das Für und Wider einer Sache ab. Möglicherweise gibt es nicht die perfekte Entscheidung, bei der alles genau so kommt, wie ihr es euch vorgestellt hattet. Doch wenn ihr den Mut habt, euch zu entscheiden, sind die Chancen groß, dass sich in den nächsten zwei bis fünf Jahren die Dinge zu euren Gunsten entwickeln. Hilfe bekommt ihr 2019 von Glücksplanet Jupiter. Er verspricht Unterstützung, gute Ideen und Orientierungshilfe, auch seitens eurer Freunde und Bekannten. Liebe und Beziehungen. Der günstige Einfluss von Jupiter wirft ein positives Licht auf euer Beziehungsleben. Er verspricht anregende Kontakte in eurem unmittelbaren Lebens- oder Arbeitsumfeld. Freundschaften stehen ebenfalls hoch im Kurs. Hier findet ihr Unterstützung oder auch Orientierungshilfe, falls ihr im Entscheidungsstress seid. Singles haben viele Kontaktmöglichkeiten über alltägliche Begegnungen. Deshalb schaut nicht nur auf euer Smartphone und im Internet, sondern haltet die Augen auf im Café, beim Einkaufen oder auf dem Weg zur Arbeit. Wenn ihr fest liiert seid, bedeuten euch Partnerschaft und Familie sehr viel. Manche Beziehungen befinden sich an einem kritischen Punkt. Das kann mit Entscheidungen zu tun haben, die ihr selbst oder euer Partner in Bezug auf die Arbeit oder den Wohnort treffen müsst. Auch die Erkrankung eines Familienmitglieds kann eure Partnerschaft einer Belastungsprobe aussetzen. Wenn ihr Kinder habt, können diese euch durch ihre Intensität und ihre fordernde Art viel abverlangen. Und beruflich habt ihr auch reichlich zu tun. Deshalb lasst euch genügend Raum für Vergnügen und Freizeit und sprecht viel mit euren Lieben, um die Aufgaben gerecht zu verteilen. Ihr könnt nicht alles alleine schaffen. Karriere und Finanzen. Finanziell sieht das Jahr gut aus für euch. Viele von euch starten mit einem gut gefüllten oder zumindest ausgeglichenen Konto ins neue Jahr. Schwieriger wird es für die Waagegeborenen, die sich beispielsweise mit einem Hauskauf oder einer Anschaffung für die Familie übernommen haben. Andererseits seid ihr so gefragt und werdet somit Arbeit überhäuft, dass ihr jederzeit Geld verdienen könnt, wenn ihr eure Kräfte gut einteilt. Man kommt von selbst auf euch zu, weil ihr einen so guten Job macht. Dank Jupiters förderlichem Einfluss ist 2019 ein sehr gutes Jahr, wenn ihr im Marketingbereich oder als Vortragsredner tätig seid oder auch journalistisch als Autoren oder Blogger. Wenn ihr im Verkauf oder Marketing tätig seid, dürfte sich das auszahlen. Selbstständige Wagen werden bemerken, dass ihre Kunden- bzw. Klientenbasis sich vergrößert, was wiederum zu mehr Einkommen führt. Gesundheit und Vitalität. Damit ihr gesund und vital durch das Jahr kommt, müsst ihr gut mit euren Kräften haushalten. Die Balance zwischen Arbeit, Vergnügen und Freizeit muss stimmen und für sportlichen Ausgleich und Bewegung sollte ebenfalls noch Raum sein. Zu viel und zu harte Arbeit führt zur Erschöpfung und reduziert eure Fähigkeit, das Leben zu genießen und das ist nun mal sehr wichtig für euch. Lebensqualität ist also ein Stück Gesundheitsvorsorge. Ihr müsst lernen, ein bisschen mehr für euch selbst zu sorgen und auch mal um Hilfe zu bitten. Der günstige Aspekt von Jupiter zeigt, dass andere durchaus geneigt sind, euch mal unter die Arme zu greifen, wenn ihr es braucht. Viele vagegeborene sind sehr glücklich mit Yoga und Tanzfitness als Ausgleich zum Arbeitsstress. In meinem Jahrbuch findet ihr noch viele weitere Einzelheiten zur Wirkung der Planeten und mit ganz konkreten Tipps für euren Beziehungsalltag und eure berufliche Situation. Wichtig für euch ist auch die Stellung von Chiron und ihr könnt nachschlagen, wann ihr besonders gute und wann ihr eher kritische Phasen habt. Mit den Geburtstagskindern, die besonders wichtige Aspekte empfangen. Und weiter geht es mit den Skorpiongeborenen und Skorpionaszendenten mit dem Ausblick für 2019. Ihr habt ein reiches Jahr mit einer Fülle von Möglichkeiten vor euch. Die großen Player Saturn und Pluto bilden vorteilhafte Aspekte zur Skorpionsonne, ebenso Fantasieplanet Neptun. Dadurch habt ihr viele ausgezeichnete Ideen. Gleichzeitig seid ihr praktisch und gut organisiert, weshalb ihr wichtige berufliche oder persönliche Projekte erfolgreich durchführen könnt. Eine gewisse Unruhe bringt Erneuerungsplanet Uranus hinein, der unerwartete Entwicklungen in der Partnerschaft oder durch neue Begegnungen anzeigt. Das gilt vor allem für die erste Dekade. Aber spannend wird es auf jeden Fall. Liebe und Beziehungen. Ob in der Liebe oder in euren beruflichen Beziehungen, für die meisten von euch sieht es richtig gut aus. Euer Ideenreichtum und die vielen interessanten Projekte, die ihr verfolgt, lassen euch attraktiv und spannend wirken. Ihr seid loyal und bekommt dafür Respekt und Anerkennung. Wenn ihr Kinder habt, entwickelt sich euer Verhältnis zu ihnen prächtig. Wenn ihr euch traut, eure Komfortzone zu verlassen, wozu euch auch Uranus und Lilith anregen, werdet ihr mit interessanten neuen Kontakten belohnt und da sind wahrscheinlich Menschen dabei, die euch in eurer Entwicklung voranbringen. Für Singles bedeutet das, dass alle Aktivitäten, mit denen sie ihren Horizont erweitern, auch die Chancen erhöhen, einen Seelenpartner zu treffen. Sei es, dass ihr weite Reisen unternehmt, euch fortbildet, dass ihr Hobbykurse besucht oder dass ihr euch für Menschen aus einem fremden Kulturkreis öffnet. Vielleicht fühlt ihr euch auch zum Menschen hingezogen, die deutlich jünger oder älter sind als ihr, was auch gut funktionieren kann. Wenn ihr in der ersten Dekade geboren seid, spürt ihr den Einfluss von Unruhestifter Uranus und so erleben einige von euch unerwartete Ereignisse in ihren Beziehungen. Möglich, dass eure Beziehung, so wie sie bisher waren, nicht mehr funktioniert. Aber daraus kann auch etwas Neues, Aufregendes entstehen, was euch sogar noch näher zueinander bringt. Karriere und Finanzen. 2019 habt ihr ein besonderes Talent dafür, mögliche Probleme schon im Vorfeld zu erkennen und die richtigen Entscheidungen zu treffen, die eine positive Wendung bringen. Diese Fähigkeit steigert auch euren beruflichen Einfluss. Viele von euch haben außerdem ein gutes Gespür dafür, was am Markt ankommt. Vor allem, wenn ihr einen kreativen Beruf habt, seid ihr fantasievoll und produktiv. Etwas unruhiger kann das Jahr für diejenigen werden, die unter dem Einfluss von Uranus stehen. Eure Rolle im Team verändert sich oder ihr wechselt die Firma oder gar die ganze Karriere. Diese Veränderungen können anfänglich recht störend sein, sich jedoch langfristig zu eurem Vorteil auswirken, wenn ihr die chaotische Anfangsphase erstmal überstanden habt. Finanziell sieht es sehr gut für euch aus. Mit Jupiter in eurem zweiten Sonnenhaus des Geldes werden sich eure persönlichen Finanzen und euer Wohlstand positiv entwickeln. Gesundheit und Vitalität. Auch wenn Saturn und Pluto günstig zu eurer Sonne stehen, solltet ihr euch nicht buchstäblich selbst die Luft zum Atmen nehmen, indem ihr euch unter Druck setzt, was ihr alles beachten müsst und nicht vergessen dürft. Lasst bei allem Fokus auch mal locker. Euer Gesundheitshaus wird ab März von heiler Planet Chiron aktiviert. Alte Leiden könnten aufbrechen und Pflege erfordern. Ihr tut gut daran, auch kleine Wehwehchen nicht zu ignorieren. Haltet regelmäßige Arztkontrollen ein, damit nichts im Verborgenen wuchert. Wer im Gesundheitsbereich arbeitet, dem kann Chiron wunderbare Heilerfolge schenken. Eventuell gibt es viel im direkten Umwelt oder am Arbeitsplatz zu verbessern. Das kann von der Alltagsorganisation bis zur Sauberkeit der Umgebung und der Überprüfung der Trinkwasserqualität reichen. Im Jahrbuch findet ihr noch mehr wichtige Tipps und Einzelheiten über die Wirkung von Uranus in eurem Partnerhaus und ich bin auf eure besonderen Businesschancen mit Saturn und Pluto eingegangen. Außerdem erfahrt ihr, wann eure besten Phasen sind und wann ihr auf kritische Tendenzen achten müsst und welche Geburtstagskinder die wichtigen Aspekte empfangen. Und jetzt kommen wir zu den Schützegeborenen und Schützeaszendenten. Und für euch wird 2019 ein verheißungsvolles Jahr, denn euer Herrscherplanet Jupiter wandert bis Anfang Dezember durch euer eigenes Zeichen. Ihr befindet euch am Gipfelpunkt eines zwölfjährigen Jupiterzyklus mit großartigen Möglichkeiten für Erfolg, Lebensfreude und glückliche Fügungen. Ihr könnt das Leben in vollen Zügen genießen. Dennoch ist es wichtig, dass ihr eure Grenzen kennt. Fantasieplanet Neptun steht bis September in Spannung zu Jupiter und das macht es euch teilweise schwer, realistische Entscheidungen zu treffen, sowohl in der Liebe als auch beruflich. Liebe und Beziehungen. Ihr seid verliebt in die Liebe. Das Leben scheint ein einziger Traum zu sein. Ihr seht das Gute und die Potenziale in jedem und verdrängt die Nachteile oder die realistischen Grenzen einer Beziehung, sowohl privat als auch im geschäftlichen Bereich. Wenn ihr Single und auf der Suche seid, ist es tatsächlich ein wundervolles Jahr, um euch zu verlieben. Vorausgesetzt, ihr nehmt euch die Zeit, weise zu entscheiden und verhaltet euch vertrauenswürdig. Möglicherweise lasst ihr euch auch auf heimliche oder Mehrfachbeziehungen ein und wenn ihr da nicht aufpasst, kann es zu Liebeskummer und Enttäuschungen kommen. Wenn ihr fest liiert seid, ist es ein Jahr der interessanten Kontakte und neuen Freundschaften. Aber auch für euch ist es wichtig, darauf zu achten, was ihr tut und mit wem und welchen Effekt das auf andere und auf euch selbst hat. Bei Entscheidungen, mit wem ihr euch anfreundet oder welchen gesellschaftlichen Kreisen ihr euch anschließen wollt, solltet ihr stets euren Partner mit einbeziehen, damit ihr nicht durch neue Bekannte von eurer Familie oder eurem Schatz entfremdet werdet. Insgesamt ist 2019 auf jeden Fall ein Jahr, in dem viel Liebe in der Luft liegt und ihr eine neue Partnerschaft finden könnt oder euren vertrauten Partner endlich heiratet. Genießt wundervolle Flirtmöglichkeiten, Partys und Spaß mit netten Leuten. Karriere und Finanzen. 2019 kann eins eurer besten Jahre werden. Es kommen große Projekte auf euch zu, denn man möchte gern mit euch zusammenarbeiten. Euer Einkommen dürfte steigen und ihr fühlt euch frei genug, endlich Dinge zu tun, die ihr schon lange geplant hattet. Jedoch besteht die Gefahr, dass ihr leichtfertig mit euren Chancen umgeht. Ohne genau hinzuschauen, vertraut ihr darauf, dass es schon gut gehen wird. Entweder indem ihr eure eigenen Kräfte überschätzt oder indem ihr zu viel Vertrauen in die falschen Leute oder falsche Projekte setzt. Deswegen achtet darauf, wem ihr vertrauen könnt und überprüft gegebenenfalls neue Geschäftspartner sorgfältig. Dabei können euch vielleicht auch Freunde oder verlässliche Berufskontakte unterstützen. Bei den Finanzen neigt ihr dazu, die guten Einnahmen großzügig wieder auszugeben. Doch Saturn in eurem Geldhaus legt euch nahe, eure Gewinne weise und langfristig zu investieren. Behaltet genug übrig für eure finanzielle Zukunft. Gesundheit und Vitalität. 2019 kommen Schützen in den Genuss von Glücksplanet Jupiter im eigenen Zeichen, was die dynamische, optimistische Schützequalität besonders gut hervorbringt. Jupiter verführt jedoch auch zur Übertreibung und symbolisiert bei entsprechendem Übermaß Leber- und Gallenerkrankungen. Das Motto, weniger ist mehr, ist zwar so gar nicht eures, aber wenn ihr euch ein bisschen zurückhaltet und euren Stoffwechsel nicht ständig mit Fett und Alkohol überlastet, tut ihr eurer Gesundheit viel Gutes. Das wird gar nicht so einfach, denn Neptun, der große Verführer, steht weiterhin in Spannung zur Schützesonne und fördert die Tendenz, sich gehen zu lassen und es mit allem nicht so genau zu nehmen. Wenn das Maßhalten schwerfällt, hilft vielleicht der Spaß am Sport, um für einen gesunden Ausgleich zu sorgen. Sonst habt ihr womöglich zum Jahresende einige Pfunde an Hüftgold zugelegt. Alles darüber, wann ihr besonders gute Zeiten und wann ihr kritische Phasen habt, erfahrt ihr dann in meinem Jahrbuch. Da stehen auch noch viel mehr Einzelheiten, zum Beispiel über die Deutung von Chiron und Lilith und noch mehr Tipps, wie ihr kreativ und sicher mit dem euphorischen Aspekt zwischen Jupiter und Neptun umgehen könnt. Außerdem könnt ihr auch die Aspekte und Geburtstagskinder des Jahres nachschlagen. Und jetzt geht es weiter mit den Steinbock-Geborenen und Steinbock-Aszendenten. Und so sehen eure Tendenzen für das neue Jahr aus. Langfristig denken, das ist 2019 euer Motto. Saturn, Meister der Dauer und der Zeit, ist jetzt im zweiten Jahr seiner dreijährigen Reise durch euer Zeichen. Ihr denkt viel über eure Zukunft nach und seid dabei, etwas aufzubauen. Ein Business, eine Beziehung, ein Haus, eine Familie. Wenn ihr nicht schon mitten in dem Prozess seid, könnt ihr 2019 die Basis für Projekte legen, die langfristig Bestand haben. Unterstützung bekommt ihr für die nächsten sieben Jahre durch Uranus, der einen vorteilhaften Aspekt zur Steinbock-Sonne bildet und euren Aufbruch in die Zukunft fördert. Liebe und Beziehungen. Der aufsteigende Mondknoten in eurem Partnerhaus zeigt, dass Beziehungen eine große Rolle spielen. Singles können ihren Seelenpartner finden. In einer bestehenden Beziehung könnt ihr den nächsten Schritt gehen, zum Beispiel indem ihr heiratet oder zusammenzieht oder euren Kinderwunsch verwirklicht. Gleichzeitig beeinflusst euch der absteigende Mondknoten im Steinbock. So verspürt ihr wahrscheinlich den Drang, in eurem Leben von Vergangenem loszulassen und euch von Menschen zu trennen, mit denen euch nichts mehr verbindet. In euren festen Beziehungen kann der Saturn-Einfluss auch dazu führen, dass ihr gegenseitig zu viele Forderungen stellt und zu kritisch seid. Achtet darauf, dass eure Anforderungen realistisch sind und formuliert sie als freundliche Wünsche. Nehmt euch gegebenenfalls Auszeiten, in denen ihr ungestört bleibt. Außerdem müssen die familiären Aufgaben und Verpflichtungen gerecht verteilt werden. Ein Harmonieaspekt von Neptun mildert den strengen Einfluss von Saturn. Er macht euch hingebungsvoller und weicher und lässt euch die romantische Seite eurer Beziehung stärker wahrnehmen und empfinden. Euch fallen süße Liebesbotschaften ein und ihr findet sanfte Wege, auch heikle Themen anzusprechen. Wenn ihr Single und auf der Suche seid, ist es ein sehr schöner Aspekt, um Romanzen zu beginnen und sich für die Energie der Liebe zu öffnen. Karriere und Finanzen. Für viele von euch liegt der Fokus derzeit auf der Karriere. Ihr seid dabei, große Projekte voranzubringen und an eurer Zukunft zu bauen. Wenn euer Job euch jedoch nicht ausfüllt oder eure Leistung nicht entsprechend vergütet wird, seid ihr durchaus geneigt, euch nach anderen, besseren Möglichkeiten umzusehen. Wenn ihr eine solche Veränderung herbeiführt und konsequent durchzieht, wird sich das für eure Zukunft wahrscheinlich zu eurem Vorteil entwickeln. 2019 ist auch ein Jahr der Kreativität, des guten Marketings und sogar für künstlerische Projekte, wenn ihr in dem Bereich tätig seid. Ihr habt ein gutes Gespür dafür, was am Markt ankommt. Finanziell zahlen sich manche Anstrengungen des letzten Jahres bereits aus. Doch der Zuwachs ist noch bescheiden im Vergleich zu dem, was euch in den kommenden beiden Jahren erwartet. Deshalb, falls 2019 noch nicht die ganz großen Gewinne abwirft, Geduld. 2020 erreicht ihr in eurem zwölfjährigen Finanzzyklus den Höhepunkt. Gesundheit und Vitalität. Saturn und Pluto können euch durchaus große Zähigkeit verleihen. Pluto steht für tiefe Regenerationskräfte. Doch gemeinsam mit Saturn kann er euch zu extremer Arbeitswut verleiten, vor allem wenn als Lohn mehr Macht und Einfluss winken. Es ist sehr wichtig, dass ihr für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeit, Vergnügen und sportlichem Ausgleich sorgt. Sonst seid ihr Kandidaten für einen Burnout. Auch Rückenschmerzen durch Überlastung sind möglich oder Zahnschmerzen durch angespannte Kiefermuskulatur oder Verspannungen in Schulter- und Nackenregionen durch die ganze Verantwortung, die auf euren Schultern liegt. Saturn wirkt verhärtend und austrocknend. Viel trinken und regelmäßiges Stretching oder Yoga sind ein Muss. Wenn ihr einen Liebespartner habt, nehmt euch Zeit für ausgiebige Erotik. Damit aktiviert ihr die Regenerationskräfte, die euch Pluto spenden kann. In meinem Jahrbuch habe ich die Deutung der Planeten noch wesentlich vertieft und viele praktische Tipps gegeben, vor allem für Saturn und Pluto in eurem Zeichen, aber auch für Chiron und Lilith und ich bin auf die Sonnenfinsternis im Januar eingegangen und wie sie für euch wirkt. Außerdem findet ihr im Buch eure Highlights und kritischen Phasen und die Geburtstagskinder, die wichtige Aspekte empfangen. Und jetzt kommen wir zu den Wassermanngeborenen und Wassermann-Ascendenten mit den Tendenzen für 2019. Der Wind des Wandels weht durch euer Horoskop. Ihr seid gefordert, an euch und eurem Leben zu arbeiten. Es ist wichtig, dass ihr offen dafür seid, euch zu verändern und anzupassen. Gleichzeitig müsst ihr darauf achten, dass ihr nicht selbst aus einem Impuls heraus Veränderungen herbeiführt, die nicht gut durchdacht und geplant sind. Unterstützung bekommt ihr durch Glücksplanet Jupiter, der einen förderlichen Einfluss ausübt. Es wird viele Gelegenheiten für euch geben, soziale Kontakte zu pflegen und das Leben mit guten Freunden zu genießen. Auch Reisen und Fortbildungen stehen unter guten Sternen. Liebe und Beziehungen. Ihr seid allseits beliebt und könnt euren Freundeskreis erweitern. Nehmt euch vor, Freunde und Familienmitglieder zu besuchen, die weiter weg wohnen. Wenn ihr Single und auf der Suche seid, ist es ein wunderbares Jahr, um neue Freunde zu finden und aus Freundschaft kann Liebe werden. Wenn ihr euch sozial engagiert, zum Beispiel in der Politik oder in einer Interessengruppe, findet ihr interessante Begegnungen und Flirtkandidaten. Internet-Dating verspricht ebenfalls Erfolg. Wenn ihr fest liiert seid, werdet ihr das Jahr genießen, indem ihr mit eurem Schatz den gemeinsamen Freundeskreis pflegt und neue Bekannte findet. Falls ihr im Januar geboren seid, kann die Spannung von Uranus anzeigen, dass ihr euch in eurer bestehenden Beziehung beengt oder plötzlich zu jemand anderem hingezogen fühlt. Das verändert natürlich die Dynamik eurer Partnerschaft und kann die Gefahr einer Trennung mit sich bringen. Es ist sehr wichtig, dass ihr mit dem oder der Herz aller Liebsten auf Tuchfühlung bleibt und über eure Gedanken sprecht, wenn ihr euch Veränderungen wünscht oder wenn ihr spürt, dass ihr auseinander driftet. Für die meisten von euch Wassermanngeborenen ist der Schlüssel zu einer glücklichen Beziehung, dass euch nicht nur Liebe und Leidenschaft, sondern vor allem auch Freundschaft verbindet. Auf dieser Basis könnt ihr im Konfliktfall konstruktiv miteinander umgehen. Karriere und Finanzen. Es gibt viele Gelegenheiten für euch, zu Geld zu kommen, denn ihr habt innovative Ideen und euer freundliches Wesen kommt gut an. Man kommt auf euch zu, um Geschäfte mit euch zu machen oder bietet euch Unterstützung an. Eure Geschäftspartner, Mitarbeiter und Kollegen wissen die Zusammenarbeit mit euch zu schätzen, weil sie auch selbst davon profitieren. Und dadurch kann sich durchaus auch euer Einkommen verbessern. Ihr dürftet ein gutes Netzwerk aufgebaut haben, von dem ihr jetzt profitieren könnt. Die Geborenen der ersten Dekade sollten sich auf Veränderungen im Arbeitsalltag oder in der Karriere einstellen. So können Anforderungen oder Umstände sich plötzlich ändern oder Angebote werden wieder zurückgezogen. In eurer Firma kann es zu Umstellungen kommen, die ihr nicht vorhersehen und auch nicht beeinflussen könnt. Doch das kann zu Neuerungen führen, die am Ende besser funktionieren als die alten Bedingungen. Wenn ihr euch von etwas Alten trennen müsst, bedeutet das oft, dass etwas Wichtiges Neues in euer Leben tritt. Gesundheit und Vitalität. 2019 sollte größtenteils ein starkes, vitales Jahr werden, wenn ihr nicht vergesst, euren körperlichen und emotionalen Bedürfnissen stets ein offenes Ohr zu schenken. Jupiters Einfluss fördert Entspanntheit, Gelassenheit und mentale Gesundheit und nimmt den Druck weg. Das ist auch gut so, denn durch die Spannung von Uranus zur Wassermannsonne ist euer Nervenkostüm stark angeregt. Das inspiriert euch einerseits, kann aber auch zu Schlafblosigkeit, Schulter- und Nackenverspannungen und nervösen Störungen führen. Uranus steht für den Rhythmus. Deshalb sind Atemübungen, die euren Atemrhythmus beruhigen und rhythmische sportliche Betätigungen wie zum Beispiel Tanzen heilsam für euch. Außerdem tut euch alles gut, was das Herz stärkt, also beispielsweise Cardiotraining, Schwimmen oder Wandern. Weitere Einzelheiten über die Auswirkungen des Uranus-Transits, der für euch so wichtig ist, erfahrt ihr dann in meinem Jahrbuch. Und ihr könnt jederzeit nachschlagen, wann ihr besonders günstige und wann ihr kritische Phasen habt und welche Geburtstagskinder wichtige Aspekte empfangen. Und jetzt schauen wir, wie die Sterne im neuen Jahr für euch Fischegeborene und Fische Aszendenten stehen. 2019 kann ein erfüllendes und interessantes Jahr für euch werden. Unter dem Einfluss von Neptun seid ihr idealistisch und euer Interesse für spirituelle Inhalte und Praxis hält an. Ihr fühlt euch im Kosmos geborgen und glaubt an die unendlichen Möglichkeiten und Wunder des Lebens. Das kann euch jedoch auch naiv machen und euch der Gefahr aussetzen, ausgenutzt zu werden oder Menschen und Umstände falsch einzuschätzen. In euren Beziehungen geht es daher häufig um Vertrauensfragen. Die Sterne helfen euch aber dabei, geerdet zu bleiben. Liebe und Beziehungen. Die Liebe wird euch finden und ihr müsst euch noch nicht mal dafür anstrengen. Wenn ihr fest liiert seid, könnt ihr eure Partnerschaft vertiefen, indem ihr gemeinsam eine schöne Reise unternehmt. Vertraut eurem Schatz eure Liebesträume und Wünsche an und genießt schöne Zeiten zu zweit. Wenn euch ein Kinderwunsch verbindet, dann kann dieser in Erfüllung gehen. Voraussetzung dafür ist, dass ihr eurem Partner vertrauen könnt, um euch fallen lassen zu können. Wenn ihr Single seid, könnt ihr eine wunderbare Romanze beginnen. Zum Beispiel, indem ihr euren Hobbys und Interessen nachgeht und dabei könnt ihr tollen Menschen begegnen, die für dieselben Dinge schwärmen wie ihr. Jedoch ist es sehr wichtig, auf wen ihr euch einlasst. Wenn die Person nicht vertrauenswürdig ist, droht Liebeskummer. Deshalb seid wählerisch. Wenn ihr jemanden idealisiert, ist die Enttäuschung vorprogrammiert, denn jeder ist auch nur ein Mensch mit Fehlern und Schwächen. Nehmt euch Zeit, mehr über einen neuen Flirtkandidaten herauszufinden. Wenn es gut läuft, könnt ihr die Liebe eures Lebens finden und eure künsten Liebesträume können wahr werden. Langjährige Freundschaften sind 2019 ebenfalls wichtig. Vielleicht verlangt ihr euch gegenseitig einigen Einsatz ab, aber das verbindet euch dann als Freunde nur noch mehr. Karriere und Finanzen. Ihr habt sehr gute Aussichten, vor allem wenn ihr in einem kreativen Bereich arbeitet oder auch wenn ihr in einem helfenden oder heilenden Beruf als Berater oder als Coaches tätig seid. Dabei sollte es eure oberste Priorität sein, für eine schöne Arbeitsatmosphäre zu sorgen, denn das wird euer Arbeitsergebnis spürbar verbessern. Auch kann es sehr hilfreich sein, To-Do-Listen zu führen und sämtliche Termine, auch die privaten, in einem Kalender zu organisieren, denn unter dem Neptun-Einfluss seid ihr manchmal etwas vergesslich. Bei Vertragsangelegenheiten solltet ihr euch die Unterstützung von vertrauenswürdigen Leuten sichern. Wenn ihr nicht vorsichtig seid, könnte man euch übervorteilen. Achtet darauf, dass ihr nicht zu viele Zugeständnisse macht, weil ihr lieber schnell wieder zu eurer kreativen Arbeit zurückkehren wollt, statt hartnäckig zu verhandeln. Finanziell verspricht 2019 ein gutes Jahr zu werden. Vor allem wenn ihr in einem kreativen Bereich tätig seid, könnt ihr damit endlich auch Geld verdienen. Gesundheit und Vitalität. Die Kombination von Jupiter und Neptun warnt euch davor, ins Übermaß zu verfallen und im Eifer alle Vorsicht in den Wind zu schlagen. Da Jupiter über Leber und Galle herrscht und in Spannung zu eurem Zeichen steht, ist mäßiger Alkoholgenuss ratsam. Besonders für Fische, die oft mit schwacher Kondition und allgemeiner Empfindlichkeit zu kämpfen haben, gibt es dank Saturn im Steinbock gute Neuigkeiten. Ihr verfügt 2019 über mehr Stabilität und innere Sicherheit. Besonders vorteilhaft ist die Verbindung Saturns mit eurem Zeichenherrscher Neptun in den Fischen, die im Laufe des Jahres mehrmals zustande kommt. So entwickelt ihr Schritt für Schritt eine erhöhte Widerstandskraft und eine Stabilisierung von körperlichen Schwachstellen oder bei chronischen Problemen. 2019 kann langfristige Heilerfolge bringen. Und weitere Einzelheiten über den wichtigen Einfluss von Neptun und Jupiter auf euer Zeichen findet ihr in meinem Jahrbuch. Da bin ich auch ausführlich auf den Eintritt von Lilith in euer Zeichen ab Mai eingegangen und noch vieles mehr. Da könnt ihr auch nachschlagen, wann ihr besonders gute und kritische Zeiten habt und welche Geburtstagskinder wann wichtige Aspekte empfangen. Das waren meine Gedanken zu euren Tendenzen für 2019. Wenn ihr euch eine ganz persönliche Jahresvorschau wünscht, bin ich gerne für euch da. Ihr könnt die Beratung direkt auf meiner Homepage buchen oder für eine Terminvereinbarung auf meinem Kundentelefon anrufen. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar Antonias Sterne ist am Freitag, den 7. Dezember um 18.30 Uhr und da könnt ihr mir wie immer eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Zum Beispiel in welchem Lebensbereich euch Jupiter 2019 Glück bringt. Und der darauffolgende Termin ist am Freitag, den 4. Januar. Den könnt ihr euch schon mal vormerken. Und dann habe ich noch ein Weihnachtsgeschenk für euch. Ich konnte mit meinem Vertriebspartner von akasha.de verhandeln, dass ihr als meine treuen YouTube-Zuschauer und Fans von jetzt an dauerhaft 30% Rabatt auf meine Sternzeichen-Kolliers bekommt. Den Link und den Gutscheincode findet ihr unten in der Videobeschreibung. Die ausführlichen Tendenzen für 2019 für alle Sternzeichen mit den Aspekten und Geburtstagskindern findet ihr in meinem Buch, das große Jahreshoroskop 2019. Es ist euer Begleiter für das neue Jahr mit dem Ausblick für die Liebe, für eure beruflichen Chancen und die Gesundheit. Darin könnt ihr auch jederzeit eure Highlights und kritischen Phasen des Jahres nachschlagen. Nicht nur für euch, sondern auch für die Menschen, die ihr liebt und die euch interessieren. Ich schreibe euch den Bestelllink unten in die Videobeschreibung und ihr findet die Infos auch auf meiner Homepage. Und ich verlose auch noch mal ein Jahrbuch und das könnt ihr gewinnen, wenn ihr mein Video mit euren Freunden auf Facebook oder auf euren anderen Social Media teilt. Auf Facebook kann ich das dann mitverfolgen. Ansonsten schreibt mir gerne, was ihr euch habt einfallen lassen. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, dazu müsst ihr einfach nur hier klicken, dann werdet ihr automatisch benachrichtigt, wenn ich neue Videos hochlade. Und in den folgenden Video-Specials erfahrt ihr mehr über die wichtigsten Konstellationen 2019, über Jupiter im Schützen, Mondknoten im Krebs und Chiron im Witter. Ich wünsche euch wunderbare Sterne im neuen Jahr.